hallo zusammen mit eri, büge, tiri, frigo, anna, carol und mir, jsch, guten tag! und meiner gasflasche ach ja schön dass dein kopf auch mit dabei ist wie bitte? nix ok was macht ihr so in den sommerferien? sommer am feld? das dauert noch ne weile ich glaube, wenn die folge rauskommt, solltest du im März sein sicher? ui, ist noch Melone Laura, komm mal kurz zurück, bitte ich merk schon, die Stimmung ist ja sehr großartig warte, warte, pass auf geh mal raus, geh mal raus hier nein, rein, ins Haus geh mal raus, geh mal raus, ich meine rein hör mir doch zu verstehst du das? ich versteh das hallo, Nora oh, Eri hat erstmal gesoffen Nora hast du grad die Soda weggesoffen? Nora hast du grad, hast du grad die Limo getrunken? ok, hier kommen wir nach, du Scheibenklässler ob du grad die Limo getrunken hast? das gibt Hausarress nein, ich hing hier fest, weil deine Buchse big war hier hängt immer irgendwas im Weg, halt frigo frigo, bring mich um, frigo, bring mich um ich bleib schon wieder als ob du ne Bärenfalle gelegt hast, frigo, ich hasse dich ich bin nicht, ich bin außerhalb ja, ne, in dem Haus da, wo du eben standest zwei Meter daneben ist ne Bärenfalle und in der steck ich jetzt ich mach den Insie-Modus an ich glaube, Cameron ist gestorben Eri, gib mir gib mir ja, sie ist sie eigentlich würd ich gern Jasch geben oh und? was für Gott schmeißen was der fuck ich hätte trau dem Wasser hier nicht oh what? danke, dass ich das dadurch erfahre mal ganz ehrlich ich weiß jetzt, was ich bin ah, ich verstehe, was du vorher warst ich bin, ich hab die ich hab die Jump so da dadurch, dass du ah, ich verstehe interessant dadurch, dass du ja jetzt meine Rolle genau weißt ups aus irgendeinem Grund weiß ich sie jetzt halt auch aber die Sache ist, bei mir steht da nicht, welche Rolle das ist was? ok oh mein Gott, frigo bitte? musst du eine Leichentscheidung betreiben? unter anderem muss das sein hier ist gut boah, 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 boah boah, 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 boah tieriker böse hat auf mich geschossen ich möchte nicht sagen aber bei josh müssten vertrag liegen auch gut ich bin hier hinten aber ich bin teile ich mich halt ich heile mich jawohl ich habe am anfang aus scherz die melone an die wand geklebt und ihr habt wirklich eine melon mine da war irgendwie eine melon mine in der tür und ich dachte mir so wer hat das denn gemacht das war keine melon mine das war einfach nur eine propmelone die ich da angeklebt das würde mir angezeigt dass ich gestorben bin ich werde aber keine weiteren erleben hallo laura benutzt jetzt noch die awp mal kurz aufgeraum hast du mich klein gewandt mit rechts liegt uns um mich schubsen in der agressor das mal nein hier ist so fast hier ist ein fast oh mein gott es brennt ich muss nichts ich habe euch die in sie geworfen ich habe in sie geworfen ich habe die aktivierten in sie modus ich nehme mal das fast kurz mit und ich muss als feuer dann passiert irgendwas lebt da noch wer ich habe dir eine granate noch hingeworfen mir geht es gut aber draußen auf dem balkon ist glaube ich mein kleiner aua kaktus ein kleiner grüner das war eine höhlendrohende warum hatte das so den übelsten hallo was ist das denn hier du hast ja erst geschossen ich hab doch gesagt gerade achtung ich wollte es fast gehen nein ist ja ärgerlich war es jetzt eri oder war es nora das war eri ne also die sache ist ich hab das von hinten gesehen du hast klar geschossen ja weil ich bin die treppe hoch gekommen weil dann fängt sie einfach an zu schießen und dann hat sie gesagt sie hat auf das fest geschossen das gibt's mit takt ist jemand gestorben Kale schwebt wieder nur mit ihren melonen ich hab wieder eine gefunden und ich häng wieder dran fest nein ich klemm fest scheiß melone Kale ist stuck an ihrer eigenen melonen so groß sind die nicht ok ok save this ich bin froh drüber save save happiness ja ah cool ja find ich auch sehr cool woher hat sie sie kapiert wow ich kaufe mir jetzt die pot of greed und bekomme ich vielleicht ich muss ich mal shoppen ok ganz wichtig das macht bald Oh Gott, wird hier angeschossen Okay Warum bist du da reingesprungen? Ich weiß es nicht Ist die Bahn schon weg? Wann bin ich gestorben und woran? Also Laura wollte einsammeln Ich habe auf einmal festgestellt, dass ich Spectator war, wann bin ich gestorben? Äh Carol, ich bin dir hinterher gelaufen und hab dich abgeschossen, du bist sogar von mir weggelaufen Und dann bin ich an einer vorbei und hab einfach Carol untersucht, wurde dadurch zum Detektiv Bin zu einer zurücklaufen und hab sie erfolgt Ah Wui, wui, wui Oder Anna hatte so viele Credits Ja, du hast noch welche, weil ich hätte, das war ganz praktisch am Ende Ja, ich habe mir halt die Podge of Free geholt und einmal eine Flashbang bekommen und ein DNA-Scanner glaube ich Weil ich meinen vorher weggeworfen habe Und ein Black Dragon Selber Black Dragon Rein, ich raus Entschuldigung Aber ja, ich weiß, dass sie meint, dass die Water Elemente geil ist Jeder ist überall in der Tür auf Die ist wirklich gar nicht mal schlechter als Secondary Die ist so ne gute Waffe Die ist maximal broken, die ist besser als die meisten Main Waffen Ja Ehrlich, ich hab keine Waffe mit der Water Elemente Warte mal, die ist ja normal Tür zu Würden Sie bitte die Tür zu machen, junge Frau? Oh, ich hab ne Pew Pew Geht nicht Wenn ich sterbe Wenn ich sterbe sind es Bonnie und Bonnie Bei mir ihn einfach umbringen, mir ist egal was du willst Bei mir ihn einfach umbringen Er ist die Tech Wie alt du? Rego hat Wer hat grad den Engel auf mich geworfen? Ich lass mich raus, ich werd sonst toll killt Alter Ich bin Dr. Wu hier Wer ist oben aufm Dach? Wer ist ein Engel? Das ist der Engel Das ist der Engel Wo ist der hin? Was ist das für ein Item? Der verfolgt mich Wer ist stark genug, um Engel zu werfen? Hä? Ich freu mich grad was für ein Item das ist Das ist ja übel geil Das ist die Der Weeping Angel Ich krieg das nicht hin Der Engel hat links getötert hier, die Frau Die Frau Die wird auch geschossen Wer schießt hier auf was? Oh Oh Gott Ich hab gerade unten auf die Kisten geschossen Oh, gerade runter gesprungen, gerade runter gesprungen Es ist nicht Anna, es ist nicht Thiri, es ist Wer sie mich Ich weiß wer es ist Ein Engel folgt mir auf Twitter Eri oder Würgi? Eri oder Würgi? Ich hab den Engel gesprungen Du bist bei mir? Okay, dann ist es Eri Dann war es Eri mit dem Engel Nein Ich hab gerade nur behind you gehört Und dann sah ich genau die Person, die in die Richtung geschossen hat Da hinten runter springen Eri ist unten Oh, was schießt dann? Es muss noch einen zweiten Tee geben, ne? Bedenkt das? Kann mir jemand einen Credit geben? Devin 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 Ich bin auf die Taste gekommen Laura ist Twitter Ja Hab sie? Ey, ich hab sie Du Arschloch Mein Kind Alter vier Vier Credits hatte sie, jawohl Gerne Gern geschehen Nö, ich heile die Arschloch Ähm Oh Keine Oh, das ist immer ein schlechter neuer Spawn Keine Chance Keine Chance Das war es Anna Eden Ich glaub es Ich glaub es Ich glaub Pirat Heilung für mich würde ich sagen Ich dachte mir so, ja komm Origin Spawns woanders Zwei Meter weiter Zwei Meter weiter hinten Ja genau Wenn ich weiter Wenn ich auf der anderen Seite hinter dir gewesen wäre wäre es okay gewesen Aber es hat fast funktioniert Weil ich hab gedacht Wo will denn das Manick hier hinten hin? Du hast Cloak aktiviert und im gleichen Moment ist einfach hinten jemand aufgetaucht Ich hab geistig nicht connecten können, dass du das verfahren hast Was ziemlich schlecht für mir ist Oh, ich hab einen doppel Paarell Okay, ich werde sterben, das weiß ich jetzt schon Du kannst einfach ins Wasser springen Aber Freko, woran bist du gestorben? Ganz einfach ins Wasser springen Äh, dann nicht, was da steht's von Pirate Captain Von wem? Von Pirate Captain Also auf der anderen Seite von dem Gebäude hier hinten unten unten Ich hab den Engel die ganze Zeit angeguckt Du bleibst da drin Nö Nö Also die Link auf der Map ist bestimmt geil Okay, Thierry, Thierry wollte Chaos nehmen Thierry hatte Chaos ausgewählt Okay, ich hab den Link Ich zeig euch das auch Zumindest outcall Warum spawnt der Detective immer mit nur Credits? Oh, das frag ich mich auch Deswegen wollte ich Credits haben Hä? Hä? Ne, ich hab die andere Rolle gewählt Okay, use fire Kredit auf den Flickern Au! Kredit auf den Flickern Kredit auf den Flickern Oh mein Gott Sieht's hier gut? Warum bist du verletzt, Anna? Ja, guck mal, es brennt da Der hat auch so was, was neben mir explodiert ist Das ist valide Das ist interessant Das tat echt weh Erich scoutet uns Auf mich wird geschossen glaub ich Erich scoutet auf mich wird geschossen glaub ich Von Thierry Die Map ist schon wirklich sehr klein Was machst du da, Nora? Hast du halt getanzt? Nein, ich hab gehealt. Ach so, du hast getanzt dabei. Ich hab getanzt dabei. So heilt man sich halt. Bauchtanz. Heilen durch Bauchtanz. Ich will überstecken, Eri, hier. Eine Pistol. Hab ich von Magnus gelernt. Wenn ich Bauchtanz mache, ist das immer Overheal, hab ich gelernt. Ich will noch einen Zaubertrick zeigen, Eri, komm mal her. Mach ich gleich Pop, oder? Ich hab jetzt 90 Sekunden gewartet, bis ich Chaos verwenden kann. Mein Kudan war irgendwie bei 8 oder so. Irgendwas ist da oben gehalten, tierisch in die Luft geflogen. Ja, ja, ich hab einen Pass angeschossen, aber das war aus. Da ist ein Spirit drin, da ist ein Spirit drin. Äh, Nora wirft hier Paletten um. Hä? Ich bin nicht DVD. Ich mach gar nicht. Du hast die Paletten hier umgeworfen. Dein Geschütz brennt, Fiko. Nein, mein Geschütz brennt. Du solltest hier einfach zum Arzt gehen, wenn mein Geschütz brennt. Ja, ich hab's geschossen, ja. Nora, stopp! Confirm, bitte. Warum? Der hat auch mal jemanden geschossen. Was ist das denn? Nein! Was bist du denn? Schini! Kann ich aus dem Wasser noch gerettet werden? Ich bin tot. Nein. Hey? Ja, ich bin tot. Oh, ich hab sogar einen Turret dafür bekommen. Wer lebt denn alles noch? Eri, was tust du da? Tschüss! Warum ist es ganz viele Leichen im Wasser? Das stimmt. Was brennt hier eigentlich? Da hinten ist so ne Leiche. Warum steht hier ein brennendes Turret im Haus? Die Frage hab ich mir vorhin auch schon gestellt. Ich hab Prigo getötet. Ich hab Prigo getötet. Ja. Und dann ist das passiert. So, da. Eine Waffe, die keine Snipers, vielleicht. Tja, wen hast du jetzt getötet? Ich hab niemanden getötet, hat diese Runde. Ich kann doch mal gerne jemanden töten. Ach, hier leben wir noch richtig viele. Ja, nur noch die vier. Wie, wie viele Leute habt ihr denn das Wasser verbrachten, alter? Okay. Ach, der Frick-Party-Type. Wer hat denn noch mal Prigo untersucht? Ja, das wird man mir wahrscheinlich jetzt nicht sagen, weil der Trader ist ganz verraten. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, es war Carrie und im Prigo ist leicht, da sind keine Credits dran. Ich weiß nicht noch, wo Frigo ist. Im Wasser. Den kann ich nicht untersuchen, ich war noch nicht im Wasser. Okay. Sagst du. Sag ich. Du bist über 20 bestimmt und warst noch nie im Wasser. Das finde ich sehr verdammt. Doch, ich bin sehr gerne im Wasser sogar. Okay, du bist ja näher drauf. Oh, Carol hat mich geschossen, Carol hat mich geschossen. Okay. Okay. Aua. Ich hab mich... Warum schießt du auf mich, Carol? Ich hab noch einen E-Call. Tschüss, ich bin out. Oh. Ihr wart's nicht beide. Nein! Ich hab beide Tricks waren schon tot. Ich hab beide Tricks waren schon tot. Dann Dios, die Tees gemacht. Seit wann kann der zwei einen Shop öffnen? Der kann einen Shop öffnen? Ja, seit... weiß nicht. Der kann einen Shop öffnen, aber nichts kaufen. Ja, das ist mir klar, dass er nichts kaufen kann, aber... Ja, damit solche Fragen wie... Was hast du oben links im Shop? Ah. Nicht stellen kannst. Einfach, dass du weißt, was die Trader da dran haben. Smart, smart. Da hat man eine Person als Hitman, und dann ist es auch noch der Shinigami. Das ist doch bitter. Das war... Ich hab mich gewundert, warum ich im Wasser gestorben bin. Ja, ich bin auch Frigo, schwimmt so. Ha, ich sterbe jetzt, ich sterbe jetzt, ich krieg Schaden. Und ich so, ja, ich weiß, einmal warst du das besser schon im Rücken. Das ist richtig gut. Oh, ich weiß nicht, wie ich aus dem Wasser herauskomme und wieder überlebe und so. Und ich merk, hä? Ich mach das in der letzten Runde. Ich mach das in der letzten Runde. Wackearmige Wackearmige Wackearmige. Letzte Runde übrigens. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist. W-N-A-S-Scanner. 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 Der S. Ich kenn einen S, der ist ohne Ice. Oh mein Gott. Boa. O-I-A-S-Canner. Nein, nein, Carol ist nicht sondern ich... H-Ok. Was? Ich wollte Carol... was? W-I-T-Warte нес Schuppen. Was hast du da gerade reingedoben? Ichdong ㅇink başsino. Ich will im Shop nicht schießen. Hi! Ich bin im Shop auch. Ich bin im Shop funktioniert. Du hast nur gesagt, nicht schießen. Du hast���ng gesagt, nicht schubsen. Das ist... Berechtigt. Ich hab Yves im Rucksack. Ich habe einen Regal am gesehen gefallen. Ich mille, die HTML ICH schubsen. Oha! Das Regal hat mit 3 Schaden gemacht. Hey, Carol! Night! ich werde diesen kristall nun essen es war nicht meiner ich habe einen wendel zu sagen was hat die palette angetan das war ein schrank ich habe noch 30 leben ist schaden das ist sehr gut ich kann wir sagen karen hat nicht zuerst geschossen hat er einen auf dem wirki gemacht hat er noch einen song ich suche gerade auf mich irgendwann ich habe mich so erschreckt dass sie da voll auf mich zugerannt ist unten sie ist an karen und mir auf jeden fall vorbei gerannt ich bedanke mich fürs zuschauen dieser folge und bis zum nächsten mal die wollen jetzt